Hallo mein lieben Fußballfreund und sein herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Aufnahmesession von How we at the Blind Forest Fuck Ich will hier weg Nein Ich will hier weg Das ist ein bisschen mein Problem, dass ich da oben gespeichert habe Nein Alter Wie ist das possible Ist das Oh ey, das ist so nervig Ich komme hier nicht weg Aber ich muss zugeben, hier unten kommt man hin und ich glaube, das kann durch die Kugel sein Alter Alter Alter, ist das der Lernst? Die sind spielfähig, glaube ich Ergern Wo? Hä, wie kriege ich es hin, die zu triggern, hier nach unten zu kommen? Jawohl Darts funktioniert Ah, du hast eine Lebenszelle gefunden, jetzt kannst du mehr Vitalität aufbewahren, finde weitere Lebenszellen, um deine Überlebenskraft zu steigern Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Also das Ding ist, ich glaube, ich weiß jetzt zu wissen, wie es weitergeht Ah ja, da komme ich ja nicht hin Was ist das denn da? Was ist das denn da? Warte Äh, warte mal Warum ist das hier offen? Was ist das denn da? Hier unten ist irgendein Vieh Achso Oh, das war knapp Äh, okay Was bringt mir das? Wow, das bringt mir einfach mal gar nichts Oh, das bringt mir einfach nichts Oh, hohoho Okay Okay Au Oh, oh nein Oh, Daniel, Junge, ey Okay Wie gesagt, ich glaube jetzt zu wissen, ich weiß, was mein Fehler die ganze Zeit war Ja Ja Spring mal auf mich drauf, alles klar Ja Ähm Luftsprint ist halt mega gut Aber warte mal Er fordert Doppelsprung und Was ist ein Doppelsprung? Ich mache trotzdem das hier Weil ich nicht weiß, was das ist Also dieser Doppelsprung Ich glaube als nächstes vielleicht das hier Oder das Okay Wir haben gespeichert Also Wir sind aktuell hier So Was ich Wait Also Ähm Hier ist ein Geisterportal Alter Alter Da ist der Stein Und ich muss da hoch Ich komme nicht hoch Nein Alter Ich komme da nicht hoch Wie Wie ist das möglich? Ich komme da nicht hoch Und ich weiß, dass ich da hoch muss Denn ihr müsst jetzt nicht Nein Mann Ey Das regt mich so auf Genau kaputt Oh Ja genau Genau einfach nur So Und kann ich es jetzt mal vielleicht bitte schaffen Warum kann er da nicht hoch? Geh doch da hoch Mann Der will da nicht hoch Seht ihr das? Der will da nicht hoch Aui du scheiß Nein Es funktioniert aber Okay Wait Ich war dran Und bin nur nicht weitergesprungen Das kann nicht sein Nein Nein Ich werde hier Leicht aggressiv Ich weiß nicht Ob man es merkt Ich habe es geschafft Ernsthaft Spiel speichern Boah ey Das war so eine Geburt Einfach ey Okay Okay Ich wollte eigentlich gerade was sagen Während Ori dem Wald Licht und Hoffnung brachte Was kommt denn jetzt? Kommt zurück Errumschaft Gaben andere nach Und wurden von Finstern Zum Furcht umfang Geht her Was ist das denn für ein Viech? Ein Goumon aus den Elendstruinen Wir müssen seinen Fußabdrücken folgen Lass uns holen was er gestohlen hat Neue Seele Gewinne die Wasserader zurück Wow Really? Ohne die Wasserader bleibt der Ginzowum verschlossen Sein Um sein zuzuhören Äh Okay Hol die Wasser Boah Ja Moin Was ist das denn? Äh Eine Frage Was ist das hier? Ich habe kein Gutes dafür dabei Wenn ich darüber jetzt runtergehe Ernsthaft Wo sind wir hier? Okay Boah Oh 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 Das war's. Okay wir haben neue Gegner gefunden. Alles klar, eine Frage, wie kommen wir eigentlich wieder hoch? Blöde Frage, nächste Frage. Ich würde das gerne ausnutzen und versuchen... Ich würde gerne versuchen, ob ich das da unten bekomme. Glaube aber nicht. Ich habe es aber schon mal aufgesprengt. Ich möchte irgendwie nochmal speichern. Warum habe ich kein gutes Gefühl? Wo sind wir hier? Wir sind im Durmsumpf. Alter. Okay. Was wir wissen, diese Dinger sind letztendlich wie viele andere Gegner, die in der Nähe sind, die können Sachen kaputt machen. Ich habe das Gefühl, jetzt kommt ein Parcours. Ja. Da ist er. Hallo. Wie heißt der nochmal? Gumu? Ich habe keine Ahnung, ob er nochmal wieder heißt. Das war's. Eigentlich talkin' ich hab... Ja. … Nein. Das war's. Die ist euch in diesem Raum. Ja. Das war's. Oh nein. Oh! Oh! Okay, was ist denn hier? Mond, Gott und Dorn, Sumpf? Wait Bringt uns das hier lang zu gehen? Okay Okay Wir haben schon von dem Spiel gelernt, dass es Geheimwege gibt Okay Oh! Okay Wow! Ich bin voll reingesprungen! Genius, Daniel! Da! Okay, kann ich nochmal machen Ich glaube, ich speichere jetzt nochmal Habe ich es voll? Ja komm, ich habe zwei, ganz ehrlich Okay Ich bin voll reingesprungen Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh.